Mit Maximization kann man Apps im Vollbildmodus benutzen. Hier kann man schön die Statusleiste oben sehen, doch wenn man Maximation benutzt, verschwindet die Statusleiste und die App wird größer. Wenn man eine App in der Einstellungen-App auswählt, die Maximation benutzen soll, muss man danach einen Respring machen, zum Beispiel mit SB Center Richard. Das war es dann auch schon so weit von mir und viel Spaß! Das war es dann auch schon so weit von mir.